wir haben noch eine discord status, könnt ihr auch auf unseren discord server komm komm so so sehen wir nicht mehr so viele leute und zukommen müssen er geht glaube ich lieber rüber er hat uns bemerkt er hat nicht bemerkt er wird mich snipen unter dem baum unter dem baum anscheinend hat er dich auch verpasst die zone kommt da ist der druck jetzt bei ihm nein, bei uns eigentlich eigentlich bei niemandem weil er es auch im ring schon naja, schon mal wieder 100 schon verpasst kommst du nochmal raus er bewegt sich glaube ich weg also er ist er ist glaube ich nicht bei hinter dem baum er bewegt er geht auf den berg oder was das ist nichts gutes eigentlich für mich dazu habe ich gedacht dass er weiter vorläuft aber anscheinend geht er auf den berg das ist für mich nicht schlecht aus eigentlich sieht er dich? verraten woche vielleicht du JA Bia er erklärt däола dann klein was wenn presentation du wie sind viele leute also auch die sind gut das hält sich auf jeden fall wenn aber den letzten naja pass auf ein anderer der andere ist auch alleine ja schon wieder abbauen er ist klar so kommt jetzt gleich auch ich hab auch schon wieder zwei gekillt die haben sogar legendäre waffen hier bedient euch hatte gar keine chance leute ist noch ein koffer so dass der stoff produzieren leute werden und es ist episch ja guck mal da hat es sich doch noch gelohnt dass ich dich äh deine karte da geholfen ja und nur weil daniel einen kill hatte genau dass alleine kill der gefehlt hätte ja der hätte der hätte schon glatt gemacht hallo leute hier ist der MC Rossi Fanshop hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator T-Shirts Turnbeutel Hoodies und vieles vieles mehr geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte hier gibt es jede Menge schaut es euch an und kauft fleißig ein MC Rossi Shop alles was ihr braucht